Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den Wiederherstellungsschamanen in Arena. Ein Anfängerguide für alle Leute, die jetzt durchstarten wollen, die heute sagen, hey, ich möchte mal eine andere Klasse probieren, ich möchte mal was Neues spielen in Arena, was muss ich tun? Wir fangen mal mit einem Statement an und das wäre dann, der Healschami kann alles außer heilen. Es hört sich dumm an, es hört sich wirklich nicht sehr schlau an, aber der Healschamane kann auch nicht sehr viel mehr. Der muss wirklich sehr spezifisch spielen. Darum wollen wir uns heute mal in dem Video kümmern. Ich muss nur ganz kurz hier nebenher im Interface einen Add-On umstellen. Okay, wie fangt ihr an? Ich würde mal sagen, der Grundsatz, um in Arena durchzustarten, die erste Frage, die man sich stellt, ist immer Gier. Wir spielen World of Warcraft, es ist einfach ein Rollenspiel, wo man auch ein bisschen in sein Gier investieren muss, in seinen Charakter, in den Fortschritt. Also, welches Gier wäre denn gut für den Schamane? Okay, Versa und Mastery. Ihr seht hier jetzt Stats, 80% Mastery, 39% Versa. Das hört sich mega viel an, das ist auch richtig viel. Es gibt Charmys, die haben noch mehr. Aktuell ist es aber dadurch geschuldet. Ich hatte bis letzte Woche 22% und jetzt habe ich halt sehr viel von diesen Versa-Stat-Corruptions drauf. Worauf wir dann auch aufs nächste Thema kommen, Corruptions. Welche Corruptions solltet ihr haben? Unbedingt Versa. Die ist gerade beim Händler. Wenn ihr jetzt anfangt und noch keine Echos habt, sagt ihr euch vielleicht, oh mein Gott, wie soll das gehen? Ihr müsst euch ja erstmal das ganze Gier farmen. Das heißt also, farmt einfach die Echos. Und wenn ihr dann die Versa-Corruption wieder beim Händler ist, gönnt ihr sie euch dann. Bis dahin habt ihr genug Echos, könnt ihr euch einfach easy kaufen. Versa ist deshalb so wichtig, weil es unsere Heilung erhöht, unseren Schaden erhöht, weil wir weniger Schaden bekommen. Und das sind alles die Dinge, die der Wiederherstellungs-Schamane wirklich, wirklich braucht. Ihr werdet auf vielen meiner Gierteile immer Versa-Mastery sehen. Die Frage oder der Grund, warum ich das Video mache, ist Larissa. Die hat im Stream gesagt, ich will einen Anfänger-Guide mit genau meinen Fragen und Wünschen. Deshalb werde ich das hier so abwickeln. Und die meisten Teile habe ich tatsächlich vom Crafting oder von Mythisch Plus. Es gibt wohl Teile, die ich aus dem Raid habe. Das Wichtigste da würde ich betiteln als verbotene Obsidian-Klaue. Die solltet ihr euch unbedingt farmen. Das Schöne daran ist, die droppt beim zweiten Boss, bei Maud. Das ist jetzt nicht wirklich so spät im Raid. Das heißt also, das kann man auch wirklich mit Randoms machen. Aktuell sogar easy auf Mythisch mit Randoms machbar. Natürlich reicht auch die heroische Version. Hauptsache ihr habt eine. Ansonsten in M Plus droppt unser Best-in-Slot-Trinket zum Heilen das lebensspendende Voodoo-Totem. Ihr seht selber, ich spiele meinen Wiederherstellung-Schamanen schon seit Patch-Beginn sehr, sehr aktiv. Ich habe es nur auf 4,60. Ich habe schon einige Atalkys gemacht. Da droppt das Ganze nämlich. Und habe ihn nie auf 4,65 bekommen. Mache natürlich einmal einen Zwölfer mit jemandem und bekomme es dann so. Egal, ich arbeite noch dran. Ich will auf jeden Fall dieses Teil auch noch als 4,65er haben. Nächste Frage, Sockel. Sockel wollen wir natürlich auch mit Vielseitigkeit. Also wenn ihr in den Visions weit genug seid, dann versucht auf jeden Fall auch euch Sockel für das ganze Gear zu farmen. Wichtiges Gear Teil Nummer 3. Kann man jetzt so sehen oder nicht. Ich finde die Waffe ganz gut. Ist auch beim Raid. Ich meine, Dresdragav droppt das. Und ja, diese Corruption ist einzigartig. Die kann man auch nicht bei Händlern kaufen. Das skaliert unsere Intelligenz zwischen 1% und 8%. Das kann einem ziemlich viel bringen. Wie viel Prozent haben wir aktuell? 1%. Wie gesagt, wenn ihr es habt, ist es gut. Wenn ihr es nicht habt, ist es jetzt kein Beinbruch. Gibt auch andere Waffen und andere Möglichkeiten. Zum Beispiel könntet ihr einfach eine sehr hohe Item-Level-Waffe nehmen. 4,75 als Beispiel. Dann Sockel draufknallen. Dann so eine Biss-Corruption draufknallen. Und die ist auch gut. Achtet wie gesagt auf Versa Mastery. Crit ist kein schlechter Stat für uns. Es ist einfach nur important zu wissen, Versa ist viel wichtiger. Also versucht wirklich so viel wie möglich Versa euch zu gönnen. Bei allem, was ihr macht. Ringe sind sehr wichtig. Die haben sehr viel Stat drauf. Ihr seht, hier habe ich einmal 385 Versa und einmal 381. So wichtig ist das Ganze. Also auf jeden Fall darauf achten, Freunde, dass ihr so viel wie möglich Versa bekommt. Okay. Erster Teil vom Gear wäre geschafft. Zweiter Teil. Der Cloak, Rang 15 natürlich. Je höher, desto besser. Je mehr Verderbniswiderstand, desto besser. Rang 12 sollte er Minimum sein, Leute. Einfach, weil wir den Effekt von Endsort haben wollen. Diesen, wo steht es hier dabei? Eure Fähigkeiten und Zauber haben eine Chance, eure Intelligenz für 15 Sekunden lang um 3300 zu erhöhen. Mega wichtig. Auf jeden Fall gut. So. Jetzt kommen wir zu Corruption. Äh, zu Corruption. Zu den Ezra-Teilen. Und da sind zwei Dinge in meinen Augen ganz, ganz wichtig. Und der Rest ist auch wichtig, aber zwei Dinge, auf die ihr mega achten müsst. Natürlich solltet ihr das Item-Level von euren Teilen so hoch wie möglich sein. In meinem Fall sind die jetzt 480 und ich glaube eins mit 475. Das habe ich gerade nicht an. Und dann wichtigster Trade ist leider bei uns Schamanen hier der mittlere Ring. Rudelgefühl. Wenn ihr das nicht habt, dreimal, bringt euch euer Geisterwolf gar nichts. Der bringt jetzt schon viel zu wenig. Also auf jeden Fall dreimal gönnen. Wichtig. Dann, mir persönlich, ist flüchtige Erholung auch sehr wichtig. Gibt 10.000 Mana wieder. Wenn ihr quasi umgeht als Shami, dann habt ihr noch diesen Puffer. Wenn das passiert unter 20 Prozent, da kriegt ihr nochmal einen schönen Mana-Boost. Ist in meinen Augen mega wichtig, mega gut. Je mehr, desto besser. Steigende Flut versuche ich dreimal zu haben. Das heißt also, mein normales Hielger sieht so aus. Ich habe immer steigende Flut auf jeden. Und einen Teil habe ich dann hier noch mit dem Resonanz der Ahnen. Ist gut, ist jetzt nicht unglaublich wichtig. Wenn ihr da was anderes nehmen müsst, geht das auch. Und bei den anderen zwei Teilen habe ich Herz der Dunkelheit. Das ist genervt. Das ist nicht so stark, wie man es denkt. Wenn ich jetzt Dreier-Arena spielen würde, würde ich wahrscheinlich beruhigende Wasser nehmen. Was einfach nochmal mein Chain-Heal ein bisschen bufft und einfach noch mehr Heilung gibt. Aktuell brauche ich das Ganze nicht. Ich spiele mehr Toos. Also gehe ich eher auf die Stats. Jetzt, ihr seht hier wieder unsere wichtigsten zwei Trades drauf. Und dann auch noch Springflut. Also perfekt. Das nehmen wir gut und gerne an. Manche von euch merken vielleicht in meinen Toos-Games im Stream, hey, der benutzt ja manchmal anderes Gear. Ja, das stimmt. Und zwar manchmal habe ich diese Teile hier an. Nur aus einem Grund. Weil die eruptives Potenzial drauf haben. Das heißt, die haben keinen Ghost-Wolf-Trade. Und das ist nicht gut, Leute. Also da muss man schon wirklich aufpassen. Aber die machen Schaden. Wann benutze ich das Ganze? Fragt man sich jetzt. Und es gibt sicher Arena-Profis, die euch jetzt ganz genau sagen, in welchem Match-Up das passiert. Ich persönlich sage immer, sobald ihr selbst nicht das Target seid. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund, dem Demo-Warlock, Checks spiele, dann kriegt meistens er aufs Maul. Und mit meistens meine ich immer, denn die Leute tunneln diesen Warlock einfach nur so und sie hassen ihn über alles. Und deshalb stehe ich einfach daneben und spiele mit diesem Bild und mache gut Schaden. Der einzige Gegner, bei dem ich mit Checks nicht dieses Bild hier spiele, oder die, vielleicht sind es zwei Gegner, ist einmal, wenn wir gegen einen Schurke spielen. Da spiele ich auch wieder defensiv. Allerdings mit dem Kopf hier. Erzähle ich euch gleich, warum. Oder gegen einen Dämonenjäger. Weil die oftmals mobil sind und dann nur mich burnen wollen und durch die Gegend springen und manchmal halt auf mir connecten und Schaden machen. Gegen einen Demon Hunter, der kann halt viel Schaden machen. Da spiele ich einfach das Max-Healing-Bild. In unserer Comp, zwischen Checks und mir, geht es nur darum, so lange wie möglich zu überleben. Bei dem Go von Checks, also von meinem Demo-Warlock, so viel CC auf den gegnerischen Heiler oder halt anderen Typ zu bringen, wie es nur geht. Und dann die Leute quasi in einem Go zu töten. Das geht nicht im ersten Go, weil da haben die ja noch Trinkets und Cooldowns. Aber manchmal geht es im zweiten oder dritten Go. Deswegen ist es mein wichtigster Daseinsgrund in der Arena mit Checks, ihn am Leben zu halten und in dem Go, das er macht, so viel wie möglich den Gegner zu nerven. Also ihn froggen, kicken, purgen, den gegnerischen Typ, auf den er geht, das Target, zu slown, zu rooten, zu stunnen auf seinen Stun. Und dann Dinge, die es ihm einfach leichter machen zu töten in einem Go. Und deswegen ist die Comp auch nicht so einfach, weil entweder man schafft es halt in diesen drei Go's mal zu gewinnen oder es wird richtig eng und richtig knapp. Also von dem her, jetzt wisst ihr es also, mit dieser Comp kann ich dann auch mit meinen Aggro-Dingern meistens spielen. Wenn ich es aber mit einem Dämonenjäger oder mit einem Windwalker oder so spiele, dann mache ich das oft nicht, weil ganz oft diese mobilen Klassen einfach halt durch die Gegend chargen und sich der andere DD dann irgendwie denkt, hm, Schamane, hm, lecker, Schamane, hm, und dann auf mich drauf geht und mich halt aus dem Leben pretzelt. Und deswegen, ganz wichtig, ähm, kleiner Übergang, bevor wir das machen, ganz wichtig noch, warum ich dieses Teil gegen Schurken benutze. Der Grund hierfür ist dieses, dieser Trade, automatischer Selbstkautorisierer. Bei einem Erleiden von Schaden besteht eine Chance, dass euer automatischer Blablabla ausgelöst wird, der euch um 49.000 Gesundheit heilt, ist okay, die meisten Blutungseffekte entfernt und Gegner der Nähe für 5 Sekunden um 30% verlangsamt. Das ist mega wichtig, Freunde, denn Schurken hassen dieses Teil. Das gibt's bei Ingenieurskunst, ist quasi das besondere Item von Inji. Ihr braucht's nicht, wenn man normal Arena spielt, ist es nicht, also man braucht's nicht zu 100%, aber es ist schon ein geiler Vorteil. Und ich sag's euch, die Rogues, die kacken nur so ab vor Hass, wenn sie das abkriegen, weil, wenn die euch kidnähen und euer, ähm, Cautorisierer entscheidet sich dafür, mal kurz alle Bleeds runterzunehmen, dann ist es auf jeden Fall schon mal Trouble beim Rogue und da kann die ein oder andere, äh, Ader platzen. Deswegen, allein weil ich Rogues so abgrundtief hasse, in Arena, ähm, other Rogues meine ich damit, ähm, ist es auf jeden Fall megageil und macht natürlich richtig Spaß. Das heißt, gegen die, ähm, nehme ich's in Kauf, nur mit zweimal, äh, Wolfsgestalt rumzurennen und einmal dann halt quasi diesen Blutentferner, Blutungsentferner. Okay. Ich hoffe, Gier ist soweit klar. Ähm, ganz wichtig, vielleicht noch verderbte Gegenstände. Da steht's ja dran, wie viel Verderbnis hat man. Ihr solltet niemals als Wiederherstellungsschamane, und damit meine ich niemals, 40% erreichen. 39% ist das absolute Maximum, was ich gehen würde. Weiter würde ich nicht machen. Es wird einfach ein Abfuck, ja. Vielleicht noch ein Tipp zum Gier, ganz zum Schluss noch. Ähm, wenn ihr diese zwei Trinkets lauft, holt euch noch ein drittes, was euch Versa gibt, oder hier so eine Art Schutzball, das wir dort haben, Gladiators, wo man, ähm, quasi geheilt wird, wenn man unter 25% fällt. Ich benutze den leeren, äh, erstellten, was weiß ich, Titansplitter. Der taugt mir sehr. Ähm, der gibt mir nochmal Versa, und dann haben wir natürlich nachher 38% Versa, was auf jeden Fall gut ist, was gut Schaden macht. Sonst habe ich 34, äh, was gut Schaden macht und gut Schaden reduziert. Deswegen ziehen wir es eigentlich an, okay? Und ja, ansonsten habe ich da eher Richtung 34. So, jetzt möchte ich euch ganz kurz nochmal ein bisschen was erzählen zu den Talenten. Die Talente sind bei mir zur meisten Zeit set in stone. Leben entfesseln? Immer. Erdschild? Ich würde sagen, immer gegen Comps, die euer Erdschild purchen können. Die ganze Zeit kann es nervig sein, da könnt ihr auch ohne das spielen. Aber in meinen Augen purchen sie es nicht die ganze Zeit. Und dann ist es zumindest auf meinem Rating, ähm, wirklich sehr sinnvoll. Einfach, weil es auch nochmal 10% Bonus hier gibt. Bin ich nicht das Target und habe ich das Gefühl, dass wir das gegnerische Target, ähm, ja, zurückhalten müssen, spiele ich mit Root. Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Demolock spiele, spiele ich mit Root, meisten Games. Damit einfach der, ähm, Gegner, auf den er geht, nochmal geroutet ist. Mega nice. Und, äh, ansonsten spiele ich meistens mit Geisterwolf. Wenn ich jetzt mit einem D-Edge oder so spiele und wir spielen gegen einen DK, einen Unholy DK, der hat ganz viele Pets. Da spiele ich auch mit Root. Das fuckt ihn so richtig ab, wenn er gerade alle seine Pets holt und die sind alle geroutet. Macht richtig Laune. Ähm, gegen solche Dinge müsst ihr oder solltet ihr unbedingt Root spielen. Turtum des Irrenwalds, ich sehe keinen Grund, auf irgendein anderes Talent einzugehen. Das macht richtig Sinn und das geht richtig gut ab. Wächter der Natur ist unser Passiv, ist nice, nehmen wir ihn fast jedem Game. Wann nehmen wir es nicht, ist die Frage. Und zwar haben wir hier ein Ere-Talent, ähm, die Gabe der Vorfahren, was uns 5 Sekunden lang Kick-immun macht. Und gegen Stille-Effekte immun macht, ja. Wenn ihr also gegen Koms spielt, die euch ganz oft kicken können, die sehr viel Kicks haben und ihr quasi nicht zum Kasten kommt, das wird euch wahrscheinlich eher im 3er-Arena auffallen, dann könnt ihr auch mit Gabe der Vorfahren spielen und zusätzlich mit Agiler Geist, ja. Das reduziert euren Geisterwandler nochmal von 2 Minuten auf 1 Minute. Das heißt, ihr habt alle 1 Minute 5 Sekunden lang Zeit, um free zu kasten, ohne dass euch jemand kicken kann. Das kann echt gut sein, aber wenn ihr jetzt normal 2 spielt, so wie ich, ist meistens Wächter in der Natur das Go-To-Talent. In der 90er-Reihe sind 2 Talente leider ziemlich beschissen fürs PvP, deswegen nehmen wir Schnellflutung. In der 100er-Reihe ist das einzig wirklich sinnvolle Talent in meinen Augen Ascendenz. Es ist ein mega starker Cooldown und Ascendenz ist so ein Cooldown, den man auch gern mal verscheißen kann. Denn, lesen wir es uns mal durch, ihr verwandelt euch 15 Sekunden in einen Wasser Ascendenz, verdoppelt dabei eure hervorgerufene Heilung. Das heißt, ihr solltet in der Zeit auch heilen können und heilt sofort 169.000 Gesundheit, ja. Und zwar an alle in eurem Umkreis. Das heißt, wenn ihr 20 Meter von eurem Mate weg seid, also 21 Meter in dem Fall, dann haltet ihr euch selbst um diesen Amount, ja. Um 169.000 Instant. Ihr könnt diesen Cooldown also auf verschiedenen Wegen einsetzen. Einmal, wenn ihr sehr low droppt und ihr wollt euch schnell wieder hochholen und euer Mate ist gerade nicht ums Eck, dann könnt ihr das drücken und seid instant wieder full live. Oder euer Mate ist low und ihr wollt ihn quasi pushen und dann müsst ihr aber auch in seiner Nähe sein, um ihm die Heilung zu geben. Am besten ist es, wenn ihr beide low seid. Wenn ihr beide weniger Leben habt und das dann zu benutzen nebeneinander, dann kriegen beide die Heilung. Wenn ihr dann noch ein, zwei Casts durchkriegt, dann verdoppelt sich ja die Heilung und somit, ja, macht ihr quasi effektiv vier Casts, indem ihr zwei Castet und kriegt natürlich noch die Initialheilung davon. Also erinnert euch da bitte dran, dass es euch nur heilt, es alleine heilt, wenn ihr wirklich außer Range seid von eurem Freund. Das sehe ich ganz oft bei anderen Schamanen, dass die das verkacken im Low Rating Bereich. Das waren jetzt mal die Talente, jetzt kommen wir zu den PvP-Talenten. Ich bin Ork, spiele meistens Trinket. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem lieben, schönen PvP-Talenten? Und dabei komme ich jetzt zu meinem allerliebsten Voodoo-Meisterschaft. Hex hat 20 Sekunden weniger Cooldown, das heißt in dem Fall nur noch 10% Abklingzeit. Das macht Laune, das macht Sinn, die Leute die ganze Zeit zu hexen, macht richtig Freude. Gegen wen benutze ich dieses Talent nicht, ist vielleicht die bessere Frage. Vor allem gegen Leute, die eine Immunität haben, zum Beispiel ein Druide, der geht einfach in seine Gestalt, dann kann ich ihn nicht hexen. Das ist RIP, gegen andere Schamanen, ja, wenn ich jetzt, also ich versuche normalerweise immer den Heiler zu hexen und wir gehen auf den DD. Wenn jetzt im anderen Team ein Ehle-Schamane ist, kann der das Ganze purgen, dann macht es wieder nicht so viel Sinn, die ganze Zeit zu hexen. Es sei denn, wir entscheiden uns vorher und sagen, ja, wir gehen auf einen Heiler, einen Heal-Parler als Beispiel, und ich hexe die ganze Zeit den Schamane. Dann geht das Ganze, aber da muss man quasi drauf achten, dass ihr auch wirklich Sinn rauskriegt aus dieser Fähigkeit. Ja, es muss wirklich Sinn machen und ihr solltet auch wissen, zum Thema Hexen, wann hexe ich, ja. Zum Beispiel, ihr hext nicht den Heal-Monk, wenn er gerade Live-Cocoon auf seinen Mate gemacht hat und der Mate komplett fein ist. Ihr müsst es selber einschätzen können. Ihr hext nicht dann, sondern zum Beispiel, wenn euer Kollege, euer Teammate mega viel Pressure hat, er macht gerade richtig Schaden auf einen, und der Heiler, er will casten oder so, ihr kickt ihn, er kann nichts machen und dann hext ihr ihn und dann kriegt ihr ein Trinket oder danach ganz viele Death-Cooldowns, weil die Leute einfach euren Hext nicht respected haben, weil die quasi overextended haben oder weil sie einfach nicht damit gerechnet haben, keine Ahnung, weil sie halt verkackt haben, dann kriegt ihr Value daraus. Zu hexen einfach nur darum, dass ihr Hext gecastet habt, ist dumm, ja. So, macht es nicht. Überlegt euch im Kopf, wann macht ein Hext Sinn. Zum Beispiel könntet ihr auch, wenn ihr mit eurem Mate im Voice seid und ihr habt jetzt jemanden, also einen Heiler, der keinen Hext spellen kann und ihr habt jetzt einen DH, der macht gerade so richtiges Massaker, der hat alle seine Cooldowns ab, der haut so richtig Damage auf euren Freund rein. Statt das Ganze zu heilen, könnt ihr einfach sagen, hey, geh mal kurz auf einen Parler, auf einen Heal-Parler, ich hext den DH und dann kann der uns nichts anhaben. Solche Dinge müssen abgesprochen werden und sind extrem wichtig, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Vor allem auch mit euren Teammates. Es bringt nichts, wenn ihr jemanden Hext und euer Teammate springt rüber und attackiert ihn und der Hext bricht und das war alles für die Cuts. Also auf jeden Fall konzentrieren, wann wollt ihr was benutzen. Spielt ihr mit einem Caster, zum Beispiel mit einem Warlock oder Magier oder sonst irgendwas, was in seiner gewissen kurzen Zeit viel Schaden macht, könnt ihr auch mit Totem des Himmelszorns spielen. Wichtig ist, dass ihr auch hier wieder den Effekt richtig lest und auch davon profitiert und zwar selber. Ihr nehmt also quasi dieses Totem nicht nur mit, um dem Teammate, mit dem ihr spielt, mehr Schaden zu geben, sondern ihr nehmt dieses Totem auch dafür mit, dass ihr mehr heilen könnt. In dieser Zeit solltet ihr natürlich selber auch sinnvolle Heals casten oder sinnvollen Damage machen, um den Gegner unter Druck zu setzen oder euren Freund abzusichern. Ich hoffe, dieses Video hier macht Sinn für euch. Ich möchte wirklich nur Basic Dinge erklären, die euch Leben retten. Ja, wirklich, die euch was bringen. So, nochmal ein Beispiel dafür. Wenn der, wenn ihr quasi, ich nehme wieder das Beispiel Healmonk und ein Dämonenjäger. Die greifen euch an. Der Healmonk kann einfach heilen. Der Dämonenjäger ist bei 90 oder 100% live. Und euer Kollege, der Damage-Dealer von euch, haut einfach drauf. Er macht Schaden, ja. Dann benutzt ihr bitte nicht Totem des Himmelssonens. Einfach random. Sondern ihr solltet wissen, ihr solltet euch zumindest mit seiner Klasse auch so beschäftigen, dass ihr wisst, wann macht er gerade Schaden, wann hat er wirklich Schaden auf der Rolle. Wenn der dann quasi seinen Schaden macht und ihr habt den Monk CC'd, ihr habt es hingekriegt zu sehen, okay, er macht jetzt hier sein Damage, jetzt versuche ich zu CC'n und dann nutzt ihr euer Totem, um wirklich auch maximal Schaden oder Coulons zu bekommen. Nicht einfach random benutzen. Ich merke das ganz oft bei mir. Manchmal kriege ich Druck, wenn ein Game zu lang geht, ohne dass was passiert. Da will ich hexen, da will ich mein Zeug stellen und was machen. Und das Einzige, was es nachher bringt, ist, dass man es nicht ready hat, wenn man es bräuchte. Und dann regt man sich auf. Stromschlag spiele ich eigentlich nur gegen Druiden. Wichtig ist, dass man den Effekt von Stromschlag versteht. Es ist nicht wirklich ein Mega-Damage-Gain. Also wenn ihr Stromschlag, wenn ihr quasi jemanden purcht, macht es jetzt auch Schaden. Es bringt aber, also der Schaden ist nicht so krass, dass man sagt, wow, geil, da purcht er mal die Sau und dann ist alles gut. Sondern ihr solltet Purge gegen Druiden immer mit Bedacht verwenden. Und zwar immer in Situationen, wo der Druide zum Beispiel CZ ist oder der andere CZ ist, purgen, damit quasi euer DD wirklich Pressure aufbauen kann, damit ihr wieder Coulons kriegt, wie zum Beispiel Iron Bark oder sowas. Ja, die Eisenborge fliegt. Dass man solche Dinge halt wirklich nur benutzt, wenn man es braucht. Das heißt, also ihr steht nicht da und purcht die ganze Zeit. Sonst ist nämlich euer Mana weg, der gegnerische Dudu lacht und ihr seid tot. Sondern ihr achtet darauf, wann, wie und wo. Je länger euer Game im Tooth geht, also je länger das Spiel läuft, desto höher ist das Dampening. Und sobald das Dampening richtig, richtig hoch ist, also wirklich höher in höheren Regionen ist, heilen eure Effekte, also auch eure eigenen, sehr wenig. Wenn ihr dann vom Druide, der ja wenig Instant Heals hat, sondern viele Überzeit Heals hat, wenn ihr dem alles weg purcht, dann kann es oft sein, dass der gegnerische Druide oder natürlich auch sein Teammate einfach floppen. Das heißt also, lieber Mana sparen bis später. Und dann, wenn ihr seht, okay, wir haben gerade Druck, der Gegner, egal welcher, ist auf 40% live. Wir haben Schaden, wir können stunnen, dann ihn weg purchen und ihm einfach das Genick somit brechen, okay? Ganz, ganz wichtig, benutzt das nur, wenn ihr das Gefühl habt, es bringt was. Nicht einfach von Anfang an rein purchen. Habe ich oft falsch gemacht und, naja, muss man lernen, muss man sehen. Geisterverbindung. Dieses Talent einfach gar nicht benutzen. Es hat seine Nische. Ich würde es einfach gar nicht probieren, Leute. Gezeitenbringer. Das ist gut. Das gibt euch Kettenheilung. Und die, oder Kettenheilung habt ihr auch so, aber die Kettenheilung springt weiter. Und der Heal wird nicht verringert. Oder nur um 50%. Warte, lasst mich es mal richtig lesen mit euch. Alle 8 Sekunden wird die Zauberzeit eures nächsten Einsatzes von Kettenheilung um 50% verringert, ja? So, also, auf jeden Fall macht es Laune. Die Sprungreichweite wird erhöht und es heilt wirklich viel. Der Nachteil von diesem Talent ist, Kettenheilung kostet euch 5k Mana. Das ist nicht wenig. Das heißt also, achtet darauf, dass ihr, wenn ihr mit diesem Talent spielt, Value rausholt. Was ich damit meine ist, ihr wartet natürlich im 3er, also, ihr spielt es fast nur im 3er, einzige Ausnahme erzähle ich euch gleich. Ihr, wenn ihr das im 3er reinmacht und benutzt, dann heilt wirklich nur, es sind alle low, habt ihr wirklich Value daraus, könnt ihr mit Leben entfesseln, das Ganze noch stärker machen. Solche Dinge sollten bedacht werden und wirklich nicht 24-7 damit heilen, sonst seid ihr einfach oben und seid gar nichts gebracht. Das ist eher so ein Oh-Shit-Button. Außer im Tools, jetzt kommt das Wichtige, wenn ihr gegen Dämonenjäger spielt und das Gefühl habt, ihr werdet die ganze Zeit gebürnt, dann spielen wir dreimal Wolfstalente, Totem des Herdgriffs, um den DH hinter der Säule zu ruten, damit er keine Chance hat, an euch ranzukommen. Trick. Und ihr spielt einmal mit dem Wölfchen und ihr spielt einmal mit dem Gezeitenbringer. Jetzt fragt ihr euch sicher Totem, warum spiele ich jetzt den Toos Gezeitenbringer? Gerade hast du gesagt, das ist eigentlich nicht so gut. Es gibt Leute, die spielen das im Toos, by the way, aber warum spielt ihr das? Ganz einfach. Im Normalfall habt ihr euer Erzschild auf euch drauf und seid im Wolf. Ja? Das heißt also, wenn der DH euch hinterher rennt, dann purcht er euch beim ersten Mal das Erzschild und wenn ihr dann weiter rennt, irgendwann mal den Wolf und dann steht er da und denkt euch, ja moin, Ripp. Vielleicht hat der DH sogar noch einen Partner, der auch purchen kann, dann purcht er euch alles weg und dann denkt ihr, ja moin, Fein Ripp, wir sind lost. Deswegen spielen wir gegen DHs mit Gezeitenbringer. Ja? Ihr könnt natürlich Gezeitenbringer auch mal benutzen zum Heilen, aber, ganz wichtig, das gibt euch zwei Buffs hier oben und das heißt also, das ist so eine Art Purge Protection. Der DH rennt euch hinterher, er purcht euch und ulul, er kriegt nur einen Gezeitenbringer Stack, das bringt ihm halt gar nichts und ihr könnt fröhlich als Wolf weiter rennen. Darum geht's bei dem ganzen Shit. Deswegen spielen wir auch mit Totem des Erntgriffs, ja, das ist so ein bisschen, ja, wie Fangen spielen. Ich renne da quasi um die Säule und sehe, okay, der DH holt auf, ich stelle mein Slow Totem, ich renne weiter, ich renne weiter, ich renne weiter, er muss wieder seine Mobilität benutzen, jetzt ist er hier, jetzt ist er endlich bei mir und zack, ich kann ihn mit meinem Root Totem, ich hab's gerade nicht geskillt, hier rooten, lauf weg, frog ihn. DH sitzt da, denkt sich, fuck my life, I hate my life. Wenn ich weiß, er kann vielleicht mein Frog stoppen oder ich bin einfach low life, ich sollte einfach was anderes machen, renne ich weiter, in Sicherheit, hier, Unterschlupf, ne, renne weiter an die nächste Säule als Beispiel und heil mich schnell voll, ja, gönn mir einfach einen Heal auf mich, zack, und, äh, dann ist wieder gut. Okay, weiter im Satz der Talente. Reinigende Wasser, reinigende Wasser, ähm, hab ich gegen Shadow Priest benutzt, um ihren Scheiß zu dispellen, ganz ehrlich, ich find's nicht so gut, ähm, ihr könnt theoretisch einen heilenden, heilenden Regen legen und dann, ähm, ähm, ja, damit quasi, mit Glück, ihr Zeug des Bellen, aber ihr werdet dadurch gefiert, also ganz euch in eine dumme Situation bringen, wenn ihr aus Versehen euch selbst fiert. Benutzt's nicht, reinigt eure Mates einfach lieber, normal. Totem der Erdung spiele ich immer, sobald jemand irgendeinen magischen Kick hat, oder, äh, ein CC, sowas wie Cyclone, äh, sowas wie Sheep, sowas wie Frog, äh, den ganzen Mist, immer Totem der Erdung, gegen Warlocks, immer, äh, ja, also wirklich, Totem der Erdung ist fast in jedem Game drin, es sei denn, die können wirklich gar nichts, wenn ich irgendwie gegen, keine Ahnung, Doppelschurke spielen würde, dann würde ich das jetzt machen, oder gegen, ähm, keine Ahnung. Manchmal mache ich es zum Beispiel gegen Disszi Rogue, dass ich mein Totem der Erdung nicht mitnehme, obwohl ihr mit dem Totem der Erdung auch da ein bisschen Schaden rausnehmen könnt, wenn ihr es richtig setzt, aber manchmal brauche ich einfach andere Talente dafür. Äh, spektrale Erholung haben wir schon drüber geredet, ist ein sehr wichtiges Talent, ganz wichtig, mit Geisterwolf immer in der Verbindung, äh, sehr oft einsetzbar. Gabe der Vorahn haben wir vorher schon drüber geredet, das gibt euch ein, äh, ja, Kick Protection, eine Silence Protection, wenn ihr Stille oder Kicks bekommt, äh, dann, quasi, wenn ihr wisst, das ist das Einzige, was euch retten kann, ist dieses Talent auch sehr sinnvoll, beachtet bitte, wenn ihr mit dem, ähm, Konflikt und Zwietracht, äh, spielt, mit der Essenz, dann habt ihr automatisch dieses, äh, PVP Talent, das heißt, dann braucht ihr es nicht mehr auswählen, könnt was anderes nehmen, und habt automatisch die Kick Protection. Jo, ich glaube, das waren jetzt alle, das Einzige, über was ich nicht geredet habe, war, glaube ich, äh, anschwellende, äh, Wellen, dieses Talent benutze ich tatsächlich auch, dieses Talent benutze ich aber hauptsächlich, äh, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege aufs Maul, ich kriege Pressure, ich muss einfach nur überleben, ja, also, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem, was sagen wir, wenn ich jetzt mit einem normalen DH oder so spielen würde, und, äh, ich weiß, ich bin das Target, spiele ich meistens selber hier mit dem Wolf, dann als zweites mit Totem der Erde, wenn der andere natürlich ein Caster dabei ist, und als drittes kommt es jetzt drauf an, was ich machen möchte, ne, das ist so ein bisschen mein Go-To, so, mal gucken, was, vielleicht, wenn zum Beispiel, ich weiß, dass ich viele Hexes rauskriegen kann mit Hex, wenn ich weiß, das ist ein Druide, dann wechsle ich Hex gerade mit Stromschlag aus, und wenn ich weiß, ich werde richtig aufs Maul kriegen, dann mit anschwellende Wellen, also, ihr merkt hoffentlich ein bisschen so, auf was es hier rausgeht, äh, man muss sich schon Gedanken machen, aber ich hoffe, ich konnte euch die Entscheidung beim einen oder anderen Matchup erleichtern, der Wunsch von Larissa war auch nochmal auf die Essenzen einzugehen, und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, denn die Essenzen sind ja mittlerweile so leicht zu farmen, wie noch nie, zumindest wenn man sie auf dem Main hat, ansonsten natürlich auch ein bisschen leichter zu farmen, so, ich habe hier verschiedene Kombis, und ich gehe dazu mal kurz in die Hauptstadt, damit ich die auch wechseln kann, um sie euch besser zu zeigen. So, meine Lieblingskombi ist die hier. Schmelztiegel der Flammen, um uns aggressiv zu halten, das macht Schaden, ja, als Damage-Spell quasi mitzunehmen, Vitalitätsverbindung, das, äh, schiebt Heilung, oder das ist andersrum, das schiebt Leben hin und her, zwischen mir und meinem Mate, ähm, was quasi immer ein Vorteil ist, wenn einer von uns, äh, mehr Leben hat, blöd ist es gegen Gegner, die euch gleichzeitig runterhauen, also quasi zum Beispiel, wenn der Rogue auf euch beide Bleeds kriegt, wenn der Feral gegen euch spielt, ist das nicht so cool, finde ich. Immer sowas, was euch beiden wehtut gleichzeitig, dann ist das nicht so cool. Konflikt und Zwietracht für extra, äh, Vielseitigkeit, und dann, eins meiner wichtigsten Teile, deswegen habe ich hier auch eine Weak Aura dafür, dass ich das sehen kann, Geist der Bewahrung. Geist der Bewahrung kann bis zu 5 Stacks hochgehen, und macht meine Heilung, Bigger und Bigger. Ich zeige euch das gerade mal hier, an einem Beispiel. Wir heilen uns jetzt also, ähm, mit einer Springflut, macht 20k, dann haben wir jetzt nämlich einmal Flutwellen, jetzt geben wir also auch noch unseren Leben entfesseln drauf, und jetzt heilen wir uns selbst mal mit einer Heil, äh, Woge, und was haben wir? 114k Heal, ne? Wir sehen mal so, als Beispiel eine Welle der Heilung, 52k, heilen die Woge, nochmal 126k. Ihr merkt, die heilt richtig. Die kostet Mana, aber wenn ihr es braucht, heilt die gut, und das Wichtigste ist, als Wiederherstellungsschamane zu wissen, wie, wo, wann heilen. Denn heilen können wir nicht, das haben wir am Anfang geklärt, deswegen also wirklich überlegen, wie, wo, wann müsst ihr casten, und wann müsst ihr Schaden machen, ja, es bringt also nix, wenn ihr, äh, die ganze Zeit heilen die Woge spammt, weil dann seid ihr auch schneller um, als ihr sagen könnt, äh, keine Ahnung, Gladimount, äh, seid ihr einfach schneller um, und das ist natürlich nicht gut, sondern ihr solltet mehr darauf achten, ähm, wenn es um euch selber geht, quasi zu kiten, zu slown, zu rooten, zu stunnen, zu froggen, benutzt eure Fähigkeiten, ja, kickt den Gegner ruhig, kickt ihn auf, äh, nicht nur auf Heels, achtet nicht nur darauf, dass ihr den Heiler unterbrecht, sondern kickt ihn auch mal auf einen Chaos Bolt, erinnert euch zurück, so, wann zum Beispiel macht Chaos Bolt am meisten Schaden, natürlich, wenn die Infernals ab sind, und am besten hat er noch sein Dark Souls aktiv, dann kann so ein Chaos Bolt auch gern mal 300k hiten, und wenn ihr schon ein bisschen Damage bekommen habt davor, dann ist das vielleicht euer Aus, das heißt also, achtet darauf, dass ihr quasi die Chaos Bolt unterbrecht, dass ihr den Schaden unterbrecht, dass ihr auch CC unterbrecht und nicht nur Heilung unterbrecht, ja, das macht nicht immer Sinn, manchmal geht es einfach nur ums nackte Überleben, ich habe da immer so eine kleine Grundregel, überlegt euch einfach, im Game, was die Gegner machen, und überlegt euch, wie sie gewinnen können, zum Beispiel, der, äh, Warlock hat gerade alles seine Cooldowns ab, okay, wie hoch ist die Chance, dass euer Teamkollege den Warlock mit allen Cooldowns abtötet, hat der gegnerische Warlock nur noch 10% live, hm, dann könnt ihr vielleicht sogar die Heilung kicken und hoffen, dass euer Mate den Job macht, hat der gegnerische Warlock aber noch zu viel live und euer Mate vielleicht nicht so viel oder, oder allgemein halt keine Cooldowns ab, kein Damage ab, hm, dann ist es vielleicht sinnvoller, den Chaos Bolt zu kicken, weil es eben hier gerade darum geht, dass euer Mate seinen Arsch hinter die Säule bewegt und nicht aufs Maul kriegt und stirbt. Ich bin heute bei einem Game im Opener gestorben gegen den Warlock, weil ich einfach seine Cooldowns komplett disrespected habe und dachte, ja, im Opener, klar, ohne, ohne groß Dampening und so, das halte ich ja locker aus, muss ich nicht meinen Cooldown benutzen. Ich habe tatsächlich Cooldowns geworfen wie ein Verrückter, war dann der Cooldown-Werfer, aber ich bin trotzdem einfach verreckt, das könnt ihr im Stream nachgucken, das war ziemlich peinlich. Deswegen, respektet die Sachen der Gegner, wenn ihr eurem Teammate helfen müsst, indem ihr Schaden stoppt, dann macht das, wenn ihr ihm helfen müsst, weil er gerade Druck hat, weil er Schaden machen kann, dann kickt die anderen Sachen wie CCs in Heilung. So, jetzt aber zum Thema Essenz nochmal zurück. Wie gesagt, Schmelztiegel haben wir erklärt, die haben wir jetzt alle erklärt. Das ist so mein Go-To-Standard-Bild im Zweier-Arena und ja, manchmal denke ich mir dann so, ja moin, was ist denn das für eine Klasse? Aha, der Schurke. Wenn ich einen Schurken-Gegner habe, so rum, dann spiele ich mein Set, was Death heißt, da klicke ich hier drauf und dann seht ihr Konflikt und Zwietracht Major. Jetzt haben wir quasi wieder unsere Kick-Protection, Heilungsdingens. Dann spiele ich Invocation der Lebensbinderin, Vitalität. Im Grunde will ich nicht, dass der Rogue auf uns beiden Bleeds hat, deswegen stehe ich meistens auf Max-Range und genieße das alleinige Dasein und Geist der Bewahrung aus besagten Gründen, weil wir einfach diese starke Heilung brauchen. Dieser Guide hier ist hauptsächlich fürs Tues, ich habe es euch gesagt, ich möchte jetzt trotzdem ganz kurz auf Threes eingehen. Da spiele ich mit Vitalitätsverbindung, mit Erinnerung an den Klartraum. Es gibt Wörser und es tut mein Mana schonen, zurückerstatten manchmal, also nicht schlecht. Wie gesagt, Vitalitätsverbindung als Major ist auch sehr nice. Ihr könnt sowas zum Beispiel benutzen, bevor ihr CC-t werdet und so und es kann euch einfach richtig den Arsch retten. Zum Beispiel, wenn ihr seht, der gegnerische Jäger, er wird euch gleich trappen, ihr habt kein Drowning, ihr wisst, ihr könnt es nicht umgehen und ihr wisst, wer das Ziel ist, ja, euer Mate hat gerade 30% Life nur noch, der gibt es in Vitalitätsverbindung und er wird hochgeheilt, ohne dass ihr quasi euren CC verlasst oder so, ohne dass ihr einen Trinket nutzen müsst. Das kann also auch sehr, sehr gut euer Ärschchen retten, also benutzt es auf jeden Fall mal. Ich habe noch einen Speck, den habe ich euch noch nicht gezeigt, das ist das gleiche wie der Schmelztiegel, Vitalität, Konflikt und die formlose Leere. Das ist mein PP-Gas-Speck, den spiele ich immer mit dreimal Lava-Eruption oder eruptives Potenzial und da versuche ich einfach nur den gegnerischen DD oder Heiler, je nachdem, was mein DH-Mate meistens in dem Fall auswählt und ich würde versuchen, ihn einfach umzudrücken. So viel Pressure zu machen, dass wir gar keine Heilung brauchen, weil die nur am Rennen und am Deffen sind und das funktioniert manchmal, wie gesagt, nicht immer. Mit meinem Warlock-Freund würde ich das nicht spielen, da könnte ich nach 20 Sekunden nicht mehr heilen und hätte starke Probleme, ihn am Leben zu halten. Also das sind auf jeden Fall meine Grundtipps. Ich wurde dann auch noch angehalten zu sagen, wie spielt man denn eigentlich den Yilch-Army und ich glaube, ich habe das jetzt ein bisschen erklärt in den ganzen Talenten und so, was einfach wichtig ist, was für mich einer der wichtigsten Punkte ist am Anfang, ist, hackt die Pillar. Das bedeutet, bleibt an der Pillar, wenn euer Mate da vorne steht und Schaden macht, bleibt an eurer Pillar, ja, heilt, kommt wieder zurück, heilt, kommt wieder zurück. Wenn ihr mitkriegt, euer Mate macht jetzt gleich Schaden oder wenn ihr es halt seht, ja, dann könnt ihr schon mal für einen CC gehen, ihr könnt reinlaufen, ihr könnt den gegnerischen Heiler hier als Beispiel, den da, Thump hat, könnt ihr kurz, äh, froggen, kicken, unterbrechen oder ihr purgt euer Target, also quasi das, auf was euer Freund Schaden macht, also einfach ein bisschen aggressiv spielen in den richtigen Momenten, wird euch schon sehr viel bringen. Generell gesagt, ist es das Wichtigste, denkt bei eurem Erdschild bitte daran, dass ihr das auch wirklich immer wechselt, wenn die Gegner Target switchen, solltet ihr auch euer Erdschild switchen, ja, es ist einfach wichtig, dass ihr diese 10% Plus Heilung bekommt, wenn ihr merkt, oh, der hat es runtergepurged oder er ist durch dieses Erdschild durchgeschlagen, äh, dann schnell wieder neues machen auf euren Mate, helft ihm da aus. Benutzt euer Grounding Grounding in den verschiedensten Situationen nützlich, also was ich damit meine ist, benutzt es, um den Gegner cc'en zu können, ja, damit ihr quasi Kicks stoppt, wenn euer Partner Druck hat, ähm, benutzt es defensiv, wenn ihr quasi merkt, euer Partner kommt nicht weg von einem Chaos Bolt und der wird richtig reinhauen, dann drückt ihr auch euer Grounding, um ihn zu sichern, also abzusichern, dass er es nicht abkriegt, ähm, und andersrum, wenn ihr quasi jetzt aus Versehen overextended, das heißt also, mein Mate ist wieder hier in der Mitte, ne, ich komme jetzt hier vor, äh, muss ihn heilen, muss noch weiter von, das ist meine Säule, muss noch weiter von der Säule weglaufen, jetzt bin ich hier, jetzt, äh, blinkt der Mage hierher, er will mich schieben, dann kick ich das, äh, vielleicht hat er mich verarscht oder vielleicht gibt es noch einen zweiten Gegner, der auch irgendwas mit mir machen kann, zum Beispiel ein Heal-Pala rennt her und will mich hotschen und ich sehe, wie er herrennt, dann drücke ich quasi mein Grounding defensiv, um einfach weiter, äh, nicht im CC zu sein, kann vielleicht dann darauf folgen, wenn er gerade zum Hotschen kommt, ihn zu fragen und so, das sind alles so Dinge, die erzähle ich euch jetzt in einem Video ganz einfach, aber das Wichtigste ist nicht, mhm, von mir das mitzukriegen oder mich zu hören, wie ich das sage, sondern einfach selber zu spielen, zu üben, zu machen, übt es mit euren Kollegen, ja, wenn ihr gegen Pala spielt und ihr seid im Low-Rating und ihr habt eh keinen Plan von dem, was ihr tut, dann sagt euch einfach, okay, wir spielen gegen den Heal-Pala, ich konzentriere mich nur darauf, also hauptsächlich darauf, wenn er zu mir kommt, zu mir rennt, auf seinem Pferd oder sonst irgendwie, versuche ich wegzulaufen, Distanz zu machen, wenn er aufholt, egal wie, und in die Nähe kommt, sagen wir auf, dieser Höhe ist, wie der da, drücke ich Grounding, einfach so, und ihr werdet sehen, dass ihr öfters mal sein Hodge groundet und dann steht er da und weiß nicht, was er tun soll, aus diesem Hodge heraus, könnt ihr dann einfach einen Frog casten und vielleicht cc-en und vielleicht kriegt ihr den ein oder anderen Cooldown, nur dadurch, dass der Heal-Pala eigentlich seinen Cooldown genutzt hat, um euch zu verarschen und ihr habt ihn einfach komplett verarscht, ihr habt die Pressure reversed, also quasi umgekehrt, das sind wirklich wichtige Dinge, Leute, und diese Dinge kommen nicht von allein, wenn ich gegen Hunter spiele, dann kann ich ganz, ganz oft die Trap nicht grounden, weil sie zum Beispiel davor mich petstunnen, also mit ihrem Haustierchen da stunnen und dann eine Trap reinmachen oder weil sie einfach an mich hin haken, also die haben ja quasi die Fähigkeit, so an einen hin zu chargen, ja, und immer wenn der das macht, bist du kurz geroutet und im Normalfall chargst er hin und trapp dich, aber die etwas besseren Spieler, die chargen hin, warten bis du dein Grounding legst aus Panik, killen dein Grounding Totem und dann trappen die dich, deswegen Obacht, aufpassen, lernen und was draus machen, wenn ihr zum Beispiel gegen Druiden spielt, versucht einfach mal länger zu überleben gegen die und versucht mal Richtung Ende des Target, das ihr töten wollt, von dem ihr denkt, dass es sterben kann, zu purgen und ihr werdet sehen, viele eure Games werden einfach viel, viel leichter und viel angenehmer, also es ist einfach eine Übungssache, ganz zum Schluss will ich noch kurz was zu meinem Set sagen, denn sowas werde ich ganz oft gefragt in diesen Videos, lol, woher ist dein Set, das hier ist von Season 1 und 2 aus Legion, kann man nicht mehr erhalten, weil es das Elite Set ist, tut mir leid, die Waffe, keine Ahnung, das schäuert auch nicht, aber ich glaube, den meisten geht es um Set, das ist von Season 1 und 2, Legion, das heißt also, nicht mehr erhältlich, nur zur Info, Leute, jetzt ist es mir ganz wichtig, zum Ende des Videos zu sagen, lasst euch von diesen vielen Eindrücken nicht erschlagen, nur weil ich sage, ihr braucht ganz viel Versa und ganz viel Mastery und am besten auch noch die richtigen Essenzen und dann braucht ihr auch noch die richtigen Azerite Traits, lasst euch von dem Ganzen nicht zurückhalten, spielt einfach, wenn ihr spielen könnt und genießt euer Leben, lasst euch da quasi nicht rausbringen, nur weil ihr vielleicht nicht die richtigen Sachen habt oder so, einfach spielen, machen und üben, ihr könnt auch ohne dieses ganze Gear, ohne diese ganzen Essenzen und so locker auf 1,8 oder 2k hochpushen, wenn ihr euch Mühe gebt, aber natürlich hilft euch dieses Gear und macht es natürlich viel leichter, ja, nochmal, ich bin nicht der beste World of Warcraft Streamer oder YouTuber, ich spiele Arena nur zum Spaß, genieße das Ganze, habe jetzt selber gerade eine Gladi Challenge, das heißt also, was ich euch hier erzähle, ist kein Rank 1 Talk von einem der Besten, sondern von einem, der von nicht allzu langer Zeit vielleicht da stand, wo ihr jetzt steht, ja, auf 1,8, auf 1,5 und jetzt aber mittlerweile schon ganz gut auf 2.300 Ratings, zwei oder so hochpushen kann, also, hört auf meine Worte, versucht euch selber immer zu verbessern, achtet auf eure Stats, achtet auf euer Gameplay und versucht euch einfach jedes Mal zu verbessern, besser zu werden. Noch kurz was zum Stream, ich stream da fast täglich Wiederherstellungsschamane, also wenn ihr da Bock habt, reinzugucken, ich versuche immer ein bisschen Werbung in meine YouTube-Videos reinzubringen, wann ich was mache und dass mein Stream natürlich auch gepusht wird. Wir machen demnächst ein Duell-Turnier, da freue ich mich schon drauf, da geht es um den Goldpreis, also hoffe ich, dass ihr da vielleicht Bock habt, mitzumachen und ja, ansonsten Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, es war ein extrem langes Video, aber es war mir wichtig, dass ich das wirklich sauber runtererzähle und euch alles erzähle, was in meinen Augen wichtig und gut ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, bitte lasst ein Like da und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, falls ihr ganz neu seid hier auf YouTube oder auf meinem Kanal, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Vielen Dank, haut rein, ciao.